Sie sind hier, vergrößern, verkleinern 3 Liga, hübscher wird im Sommer neuer Preußen Trainer Urheberrecht Getty Image Sven Hübscher tritt zur neuen Saison als Trainer bei Drittligis, Preußen Münster die Nachfolge von Marco Antwerpen an, wie die Westfalen bestätigt haben. Sven Hübscher tritt zur neuen Saison als Trainer bei Drittligis, Preußen Münster die Nachfolge von Marco Antwerpen ab. Das gaben die Westfalen am Mittwoch bekannt. Hübscher, der zurzeit noch die UC3 von Werder Bremen trainiert, erhält einen Vertrag bis 2021. Als Co-Trainer bringt der 40-jährige Tobias Helwig von der Weser mit, wir haben hier unsere absolute Wunschlösung gefunden, beide erfüllen genau unser Anforderungsprofil. Sie haben bereits bewiesen, dass sie mit jungen Spielern arbeiten und diese auch weiterentwickeln können, sagte Malte Metzelder, Münsters Geschäftsführer Sport, über das neue Trainer-Duo. Der 40-jährige Hübscher äußerte, es ist für mich der nächste logische Schritt, eine Profimannschaft zu betreuen. Punkt. In den Gesprächen mit der sportlichen Leitung hat sich schnell herausgestellt, dass wir eine sehr ähnliche Auffassung vom Fußball und von der Zusammenarbeit haben. Antwerpen hatte bereits im Januar seinen Rückzug bei den Preußen mit Saisonende angekündigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017